Wer Ärger sät, kann die Ernte gleich mitnehmen. Das ist so eine der Weisheiten zum Thema Ärger. Wenn du Ärger sätst, dann musst du nicht so lange warten, bis du Ernte bekommst. Es gibt andere Dinge, da ist es, da dauert es etwas. Aber angenommen, du drückst deinen Ärger aus, dann brauchst du nicht lange warten, bis andere ärgerlich sind. Wenn du zum Beispiel dich über etwas geärgert hast und gleich eine E-Mail rausschickst, die den Ärger ausdrückt, sofort kriegst du die Ernte, das geht sehr schnell. Oder angenommen, du schimpfst jemanden nur, weil du dich ärgerst, dann werden die anderen das auch gleich weitergeben. Daher, wenn du deinem Ärger einfach Ausdruck gibst, dann wirst du oft in Schwierigkeiten kommen. Es ist klüger, zu lernen, gelassen zu sein und nicht seinem Ärger gleich Ausdruck zu geben.